Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Let's Plays von Kingdom Hearts 2 Drop Distance HD auf der PS4. Mein Name ist Meg Cotha und wir sind hier gerade in dieser Musketierwelt. So, wir waren gerade auf dem Weg Minnie zu retten, die wohl enthürt wurde, aber kein Ding. Sprechen wir nochmal mit Mickey Mouse. Na klar sind wir bereit die Prinzessin zu unterstützen. A Dream Eater! Bad guy! Bad guy! Gotta protect the carriage, no matter what! Okay, war schon in der vorherigen Version ein bisschen tricky. Mal sehen, wie wir das jetzt meistern. Besiege den Tyrannosaurus Rex, Renner, Quatsch, benutzen Viereck, um das Feuer abzubauen. Erstmal schlagen wir dann ein bisschen. Stirb! Vielleicht spuckt er das Feuer. Ja, ein kleiner Witz. Okay, das hat nichts gebracht. Wow. Hallo? Bist du irgendwie bescheuert? Ach, scheiße, den Fein hab ich nicht gesehen. Aber abgekriegt hat er denn trotzdem. Na, was spuckt er nochmal Feuer? Bäm! Alle beide in die Fresse. Ich frage mich, ob man das auch abblocken kann, wenn er so auf einen zuweint. So, wie soll's mal hier bei deinem... Hallo? Ey! Das nennt man Mobbing. Sora! Oh, du bist doch ein behinderter... So. Jetzt komm her und hol dir deine letzte Schelle ab, du Arsch, ey. Sora! Oh, Mann! So, immerhin habe ich einen zurückgespielt. Mann, das ist doch wohl nicht dein Ernst, ey. Na, offiziell... Ach! Nenne eine behinderte Figur, Sora. Hallo! Du wolltest reagieren. Na komm, jetzt spuck nochmal, dein Scheiß. Dein Feuer! So, war genau so, retten wir die... Genau so machen wir das. Komm, komm her. So, BÄM! Mann, ey. So ein Arsch, ey. Was hat er jetzt davon, ey. Mann! Meine Fresse! We'll be lightening your load by one, princess. Now, mate like those musketeers and scram! Au revoir! Sie sind ja. Well, if so. Well, biber. Ah! Zorak! Entschuldigung, sie sind mit der Prinzessin weggekommen. Nicht so. Es ist nicht deine Schuld. Als lange wir alle zusammenhängen, ich weiß, dass wir die Prinzessin zurückkommen können. Das ist so toll. Goofy ist richtig. Als Team, wir können alles machen. Ja. Komm schon. Hey, look, Mickey! Da ist die Fahrzeuge. Aber es gibt keine Prinzessin. So, das ist... Ja, sie ist da irgendwoher, auf uns zu kommen. Und wir werden uns zu retten. Ja, das war ein Masteteil. Und wir werden uns zu retten, um sie zu retten. Hey! Habt ihr jemanden vergessen? Vor allem die wichtigste Person. Weil, wer wird diesen Kampf am Ende nämlich durchfängen? Richtig. Zorak. Oh, die wäre auch so ein Speicher-Dings gewesen. Naja. Muss noch mal ganz kurz... Ich hab's jetzt eine Weile nicht gespielt, weil ich geschäftlich im Ausland unterwegs war. Aber ich glaub, so eine Kindelhartsteuerung verlernt man dann doch nie. Ich vielleicht schon, aber... Hallo! Wir spielen das doch immer noch auf einfach, oder? Hat jemand das mittlerweile umgestellt. Ich hab' einen falschen Spielstand geladen, ne? Ich hab' einen Fuss. Ja. Ja. Hey. Ha. Ja. Das Tamaschaf ist aufgelevelt. Ich habe jetzt auch das neue, also hier die Sammlung quasi für die PS4. Freut mich schon sehr. Weil Kingdom Hearts einfach mal die coolste Dings ever ist. Äh, Spielreihe. Oh man ey. Na gut. Wir haben ja gesehen, wo die Kiste ist. Das heißt, wir gehen hier einfach hoch. So, easy peasy. Feuger. Ich liebe es, wenn Sora meine Eingaben ignoriert. Es kann sein, dass ich ein bisschen verschnupft. Aber das liegt daran, dass ich schon wieder, mal wieder, wie auch immer, eine Aufkombin-Gasen-Nebenhöhen-Entsinnung habe. Yeah! So, everything's awesome is always, right? So. Was gibt's sonst so Neues? Soll ich eigentlich nebenbei von privaten Sachen erzählen, die so neu passiert sind? Oder interessiert euch das ein Scheiß? Weil er einfach nur das Spiel sehen will. Ich glaube, er wollte nur das Spiel sehen. Keiner interessiert sich für mich. Sorry. Ja. 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 Ja Was geht hier? Es tut a rescue! Und wer kommt zu Marsch? Was machen die anderen wieder? Der kommt richtig. Wie im richtigen Leben. Kennt ihr das, wenn er eigentlich mit einem Team arbeiten sollt und dann trotzdem alles alleine macht? Ah, aber habe ich den Elefant nicht passiert? War er nicht so? Oder war das was anderes? Wow, Moment. I'm a bit confused now. Also ich hätte ja auch gerne das Heal hier in meinem Team, aber ich glaube nicht, dass sich das sonst anschließt. War das gerade mein Schaf? Das ist wie so ein Tropellerklang? Hm. Let's see. Kann ich jetzt das Häschen machen? Bitte? So gerne das Häschen. Kein Häschen. Hier ist es. Grüne Laune. Häschen, wo bist du? Tja, da muss man noch ein bisschen sammeln. Ja, ihr seid auch ganz toll, aber ich hätte schon gerne das Häschen. Ja. Hm, ich mag's, wenn ihr einfach so aus dem Nichts auftaucht. Hast du aber, wie ist das? Ja. 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 Ich habe eigentlich vor, die anderen Spiele auch noch zu let's playen. Allerdings hoffe ich, dass man da wenigstens die Lautstärke einstellen kann. Das ist ja hier eigentlich echt ein Krampf. Ich muss ja echt schreien, damit ihr mich versteht. Und das Mikro ist zudem auch noch auf voller Lautstärke. Ich habe euch ja aber auf jeden Fall versprochen, 2.8 auf jeden Fall voll zu let's playen. Das heißt, sobald ich das hier durch habe, werde ich mir auch da dieses 0,2 Birth by Sleep Dings mit Aqua angucken. Und die ich die hier runtergekickt habe, die kommen nicht wieder hoch. Ne. Na gut. Na gut. Vielleicht stelle ich mal so links. Na, der kleine Witzbeut. Du glaubst auch, dass sich Sora von sowas ablenken lässt, ne? Und dass Sora sowas vor allen Dingen braucht. Manchmal weiß man ja bei Sora auch wieder nicht, was er braucht. Ähm, das zum Beispiel war falsch. Aber wir probieren das gleich noch mal. So, wann? Hallo. Wie war das denn? Ach so. Okay. Das war auch irgendwie falsch. Dann hole ich die Kiste nicht. Ich meine, ich brauche die nicht. Sora brauche die nicht. Ja, ja. Ha, okay. Ha. Es ist so rar. Es ist ja schön, dass sie so Sachen haben, aber... Und dass halt irgendwie nicht so funktioniert, wie das funktionieren soll, ist das irgendwie auch scheiße. Ich sag mal nichts hierzu, weil ich das sonst nämlich schon kommen sehe. Ah, okay. Ich wollte nämlich sagen, es wäre total easy peasy, den auszuweichen. Aber ich wette, wenn ich das gesagt hätte, dann hätte ich sofort eine von diesen Dingern auf meinem Kopf gehabt. Cutscene incoming. Auch jemand hat sich sogar die Mühe gemacht und hat diese Leiter wieder hochgeklackt. Das ist sehr nett, ne? Schön, dass du das gemacht hast. Du wolltest eigentlich schon ein kurz machen. Guck mal das jetzt hier. Na, wir machen das jetzt. Ich bin mir geblieben. Oh, tschüss. Jetzt treiben wir ja den an. Tschüss. Haha. Haha. Ja, hearts. Hey. Hey, ya. Ja. Ja, dich so. Ehte. Haha. Hey. Ja. Zeigen Sie jetzt Soras hinter? Hm. Ich hinterfrage das nicht. Ich dachte, wir gehen einfach so schnell. Lass mich auf ihn. Okay, wir können das ganze Zeit machen. Warte, Sorra. Hast du irgendwelche Tipps, Goofy? Hm. Oho! Hast du eine Idee? Und es könnte sogar eine gute Idee sein, auch. Hold' auf. Sure, take your time. Charge! Oho! Okay. Oho! 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 Hell'd I do! Yeah! We did it! Hooray for the Musketeers! We did it! All for one! And run for all! Und ich möchte nochmal anmerken, wer macht die Drecksarbeit? Oh? Do you see that? Hm? What's up? Hey, you! Not so fast! Goofy! Goofy! Where are you going? What's the matter, Sorra? Hold on! Oh, Mickey. Goofy just sort of took off. Goofy's gone? But why would he leave his post? Not you too, Donald! What do we do? It's a disaster! Calm down, Donald! Start from the beginning! The captain's gonna take that Princess Minnie! What? But he's the one who made us musketeers! It was all a big lie! A lie? Well, lie or no lie, musketeers don't ever run from danger! Then it's time for me to get a new job! Donald! Wait! What? Together we can stop Captain Pete! Yeah! We're in this together! Come on! We'll be right beside you! Cause we're friends! I just can't do it! I'm sorry! Donald! Donald! He'll be back! I know it! Aw, thanks, Sora! So this Captain guy's the culprit! I wonder what he's up to! What am I up to? Huh? I'm up to plenty! Oh, Pete! Who's that? A stranger looking to be endangered! You! Mangle these yardsticks! Hm! Captain Pete! By the power vested in me as a musketeer, I arrest you, mister! Bleh! That's a good one! Hehehehe! Well! How's about this? By the power invested in my fist, I clobber huge! Oh! Mickey! Sora! Donald... Goofy... Where's Mickey? Where's Mickey? Captain Pete and his guys took Mickey to Mont Saint-Michel! And that means he's in big trouble! Once the tide comes in, the dungeon will fill up with water! I'm sure will Mickey! Oh, come on! We gotta go save him! Oh, but how? What are you saying? You and Goofy wouldn't have come back if you weren't ready to save him! We're friends! Friends for life! Remember? Yeah! Best of friends to the very end! Good! Let's go! Right! Noch mal kurz hier durch... So! Retten wir Sora! Quatsch! Mickey! Sora haben wir ja gerettet, sozusagen! Na, wen haben wir denn hier? Häschen! Vielleicht lassen die ja diese kühle Laune fallen, damit ich auch ein Häschen haben kann! Der hier vielleicht auch nicht! Hm, irgendwie hat keiner das fallen lassen! Hm, irgendwie hat keiner das fallen lassen! für einen B springsensber von 호f! Ja! Alter! Ja! 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 Hね! Ja! Noch jemand? Mitigkeit? Die blade kaputt... Scratch sauter! nope okay wow okay geek no hi my name is my name is hey 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 yeah 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 Ein Traumbonbon. Kann ich eigentlich noch ein anderes Schwert nennen? Ja, der Wein rüber. 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 Ja! Ich kann auch das hier irgendwie benutzen. Nein. Irgendwie verstehe ich eigentlich nicht, warum er da immer einen anderen Gegner an sich nimmt. Ja! Ja! Ha! Ja! Fuck! Come on! Fuck! Come on! Ha! Ja! Ha! Ja! Ha! Hey! Ja! Ha! Ja! 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 Hey! Ja! Ja! Hey! Ha! Ja! Ha! Ha! Ja! Ja! Ja, 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 ja Ah, hier kann ich rein, ne? Klapp, klapp, klapp. Klapp, klapp, klapp. Klapp, klapp. Klapp, klapp. Klapp, klapp. 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 Donald, Goofy, you too Sora, you came back, come on man, we gotta save your princess, aw fellas, we're not even real musketeers, wrong, you are real musketeers and don't let anybody else tell you you're not, it doesn't matter what you're real, only what kind of art it is that beats inside of you, you know what, you're right pals, when the bunch of us stick together, we can accomplish anything, Pete said he was headed for the opera house and that's where we'll find her majesty, come on musketeers, we've got a princess to rescue yahoo what do you think about the princess in the opera house, you know, in the opera house, you know, in the opera house hey, over there boy, those nitwits the boss is gonna be mad hurry princess, come on, it's time to put our musketeering to the test dann da los, wir trainieren nochmal ganz kurz ja, wir laufen, wir sammeln hier noch kurz äh, Gegner ein einfach nur damit wir trainieren, das haben wir nämlich irgendwie noch nicht getan und ich bin mir doch ein bisschen sicher, dass wir es auf jeden Fall zum Ende des Spiels brauchen werden das ist leicht, ich bin ein Vogel ja ja hey no one's here, okay wow, du bist wirklich cool krieg ich so ein Pferd? Wo krieg ich denn das her? gib mir hier, ich will ein Pferd haben na komm, der Erfahrungspunkte wegen machen wir diese Scherzkiste auch auf ich hab ja auch gleich ein Level ab, cool nice hey 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 Oh, mein Bein ist eingeschlafen. Und nebenbei ist aber scheiße. Drei von euch, okay. Oh, ich haxe. Na gut. Drehen wir jetzt eine Runde oben rum. Drei von euch, okay. Cooler Socke. So gut wie drei Gegner parallel gesiebt. Nice choice. Huh? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja! Ja, ja, ja. Grüene Laune. War das für das Häschen? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, wir müssen es gucken. Yeah. Aber in grün sieht es fast ein bisschen komisch aus. Nein, wir geben wieder keinen Namen. Und ja, oh, es mag uns gleich von Anfang an. Können wir jetzt noch das Pferd machen? Das ist bestimmt das Pferd, oder? Hm. Achso, ich wollte... Ich muss natürlich meine Gruppe auch ändern. Kleines Häschen. Oh, ich kann ihn beim Tamasch haben. Puh, ein bisschen roten. Coole Sache. Achso, ich wollte das Häschen noch anfärben. Spielzeuge. Farbpistole. Mal was Blaues. Und jetzt? Das ist ja cool. Okay. Den Farbton lasse ich. Das sieht irgendwie cool aus. So. Cool. Coole Sache. Das ist ja cool, Pete. Das ist ja cool. Ja, es ist drei gegen ein, mal. Oh Look out What Riku Riku saved us he's been by our side all right Musketeers get the princess to safety. I'll handle things here, right? Why you how dare you thwart me in the nick of time this don't add up. I tell you hey over here boys That's right, you'll need help Hmm, that's right. He needs help Because Sora is not alone Hmm Besiege Carlo and the Panzerflecker So how many times shall I destroy you again? Yeah 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 Hey Yeah Hey Yeah 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 true Yeah Yeah Only Yeah 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 That's amazing Ohne zu Carlo schleudern. Hey Carlo, da ist der Erste. Nice, isn't it? Das hieß es. Ich bin jetzt das Schwab-Gelbe-Häschen. Und ich hab's gebraucht. Und den letzten. Och, der hat ja noch... Der ist ja noch so voll. Ja, hey! Ja, hey! Ha! Ach so. Das ist gut, Carlo. Und was ist der Levely-Meeting-You? Ach so, jetzt stimmt nicht mehr selber noch eingehalten. Können wir irgendwie mal hier so... Lasset uns mal... Das sieht aus aus von mir aus. Ich habe mir keine Potions mehr. Aber ich kann hier die Weibs noch nicht mehr... Oh, jetzt macht er den Scheiß. Dummer Carlo? Nerviger Carlo? Kann ich auch runter? Natürlich nicht. Ich kann doch mal so ein Wecker jetzt nicht. Das ist doch auch so. Aber ich weiß nicht. Dann bin ich ja... Da bin ich ja... Ich weiß nicht. Da bin ich ja... Ich weiß nicht. Oh, ich brauche ihn. Erwischt er mich irgendwie nicht? Ja, ich weiß, dass meine Energie niedrig ist. Ich bin ja nicht behindert. Oh, jez. So, okay, wir hier. Nein! Crap, holy shit! Okay. Yeah, thanks for this, Carlo. Damn. Das ist... Nee, das ist irgendwie scheiße. Ich darf mich einfach nicht mehr treffen lassen. So, eine habe ich. Ab zu Carlo. Next one! Ich glaube, es ist eigentlich gar nicht einfach, dass das irgendwie auch nicht. Okay. And the last one is going down. Where are you going? So! Weil der schweißt! Hör auf, auf mich zu schießen! Okay. Das ist jetzt nicht nett. So. Das heißt, da wir jetzt auch schon eine ganze Weile spielen, mache ich jetzt an der Stelle einen Cut. Rege mich etwas ab, probiere dann den Kampf nochmal und dann ist alles gut. Okay? Super! Dann danke ich euch fürs Zuschauen, entschuldige mich für die falsche Benutzung der deutschen Sprache und wünsche euch einen schönen Tag noch. Macht's gut! Ciao! Ciao!